So, jetzt kommt das Allerbeste. Knall mir die Tür gegen den Arm. Was? Sie hat einen Sensor und wenn dein Arm im Weg ist oder ein Bein, kann man sie nicht zuknallen. Schatz, ich mach das nicht. Die haben es mir extra vorgeführt, also los. Okay. Trau dich! Trau dich! Das ist ganz lustig. Mit voller Kopf. Gut. Na dann. Au! Ich will den Zeuge! Du meine Güte! Gott verdammt nochmal! Gott ist Willen, warum hast du das von mir verlangt? Ich hatte den Sensor nicht aktiviert. Okay. Ich bin ein Idiot. Nochmal. Nein, ich denke überhaupt nicht dran. Da passiert nichts, er ist aktiviert. Nein, ich mach das nicht nochmal. Sei kein Feigling. Na gut. Au! Warum hast du das gemacht? Im Ernst. Nein, hast recht, tut mir leid. Klemmt euch nicht den Arm in der Tür ein, okay? Kann ich James die Eier damit einklemmen? Du gibst also zu, dass ich Eier habe. Ja, die hängen aus deiner Waffe raus.